Nikolai Friedrich Keinem anderen gelang es mit so viel Schaum und Charisma das Publikum zu begeistern Eigentlich mag ich Skeptiker sehr gerne, weil es ein besonders schönes Erlebnis ist, die dann im Nachhinein überzeugt zu sehen und eben doch mit strahlenden Kinderaugen auf einmal vor einem zu sehen Nicht nur Sonja war von Nikolais Kräften fasziniert An Nikolai hat mich begeistert, dass ihm seine Persönlichkeit und sein Charisma voraus halten Das ist für einen guten Künstler sehr wichtig Ich werde heute ein Experiment wagen mit weiblicher Intuition Hier ist der kreative Visionär Nikolai Friedrich, einen schönen guten Abend Ich sei ein Imagerapper, möchte gern 50 Cent Muss ich mir anhören von einem Fettsack, der sich Skinny nennt Du weißt, dass viele Rapper wegen mir obdachlos sind Ich werde ich mit dem Künstler ab, damit du bis zum Künstler Ich werde mit dem Künstler erstellen, dass sie mit dem Künstler erstellen, dass die Rapper wegen der Rapperung ist